Liebe Einbrecherinnen, liebe Einbrecher, herzlich willkommen zu einem neuen Part Thief Simulator 2. So, wir haben im letzten Part ein Auto geklaut, das auseinandergenommen und die Teile verkauft. Unser nächster Auftrag ist, schließe fünf Aufträge ab. Wir müssen jetzt mal eben gucken, was für Aufträge sind gemeint. Entweder Thief Contract oder Hellneighbor, wahrscheinlich eher die Thief Contracts, denke ich mal. Und da fehlen uns jetzt noch zwölf Schlösser, die wir knacken müssen. Wir nehmen aber zur Sicherheit mal direkt auch so einen Hellneighbor mit. Mal eben gucken, was haben wir hier denn so Schönes. Zerstöre die Waschmaschine in 111 oder 106, oha. Zerstöre das Fenster in 106, das machen wir. Die 106, die musst du ja im letzten Part schon ziemlich dran glauben. Oh, hier haben sie jetzt ein Halloween-Update gemacht. Hier haben wir einen kleinen Kürbisch stehen. Süß. Unsere Katze höre ich auch irgendwo. Aber ich höre sie nur, ich sehe sie nicht. Na gut. Wir machen uns also auf die Socken zur Madison Street. Um da ein paar Schlösser zu knacken und das Fenster zu zerstören. Wir könnten, glaube ich, als erstes das Fenster zerstören. Das ist ja schnell gemacht. Jedenfalls schneller als noch zwölf Schlösser zu knacken. Also, wir besuchen mal wieder die Leute in 106. Das war, glaube ich, hier irgendwo. Ja, genau. Hier ist der Parkplatz, an dem wir parken. Auf dem wir parken natürlich. Wie sieht es gerade in der 106 aus? Notizen. 106. Da ist gerade die Olivia ist außer Haus. Der sitzt im Wohnzimmer. Im Hinterhof. Das ist natürlich ganz schlecht. Über den Hinterhof wollen wir natürlich einsteigen. Das heißt, wir machen mal eben Zeitraffer bis 0 Uhr. Denn dann geht Freddy schlafen. Julia sitzt auf der Veranda. Nachts um 0 Uhr, um 1 Uhr. Halt die typische Zeit, wenn man so auf der Veranda sitzt, ne? Also, ähm, 0 Uhr schlafen. So, kurzen Powernap. Los geht's. Müsst ihr nur ein Fenster zerstören? Das ist ja eigentlich schnell gemacht. Das sollte nicht so kompliziert sein. So, sie sitzt schon vorne. Sehr gut. Er geht schlafen. So, wir knacken ein Schloss. Sehr gut. Haben wir schon mal 16 von 27 Schlössern. So, müssen wir natürlich schnell die Biege machen, wenn wir das zerstört haben. Haben die eigentlich ein neues Auto wieder? Ne, noch nicht. Okay. Zack und weg. Das Brecheisen können wir auch wegstecken. So, besser. Gut, dann haben wir den auf jeden Fall schon mal gemacht, Hellneighbor. Und wie wir sehen, immer noch schließe 5 Aufträge ab. Das heißt, wir müssen jetzt noch 9 weitere Schlösser knacken. Dann, liebe Leute. Ist jetzt die Frage, ist damit... Das Haus muss ja nicht zwangsweise bewohnt sein. Also würde ich sagen, knacken wir einmal die Schlösser von... 102, glaube ich, ist unbewohnt. Glaubt ihr, 102 war das die hier, ne? Ja. Wir stellen unser Auto ab. So, und gucken jetzt mal, dass wir ein paar Schlösser knacken können. Es geht ja wirklich nur ums Schlösser knacken. Wir müssen ja nicht da reingehen dann. Gucken wir mal ganz kurz. 103, der schläft gerade. Dann können wir hier auch mal eben ein Schloss knacken. So, und dann haben wir schon mal 2 weitere Schlösser geknackt. Sehr gut. So, und hier haben wir ein Poster. Das kommt natürlich ab. Ein weiteres Poster hängt noch irgendwo. Was? Wieso? Okay, wir brauchen ein neues, einfaches Einbrecherset. Was machen wir? Quick Buy. Einfaches Einbrecherset. So. Gut, dass der Autofahrer unaufmerksam war. Die Tür ist offen. Dann haben wir hier, glaube ich, nichts mehr zum Knacken. Nee. Nee, gut. Das heißt, noch 8 weitere Schlösser. Wie sieht es bei der 101 gerade aus? Der Hund ist im Wohnzimmer. Eventuell kann man dann einfach vorne ein Schloss knacken. platziere ein verdächtiges Paket im Haus, ohne Spuren zu hinterlassen. So, nächstes Schloss geknackt. Ganz kurz gucken, haben die hinten auch noch ein Schloss, was man knacken könnte? Ich glaube schon. Ich dachte, die schlafen beide. Die geht jetzt erst schlafen. Okay. Gut. So. Nächstes Schloss geknackt. Wir sind zu breit. Breiter als der Türsteher. So, mehr gibt es hier aber, glaube ich, jetzt gerade auch so spontan nichts, was wir knacken können. Würde ich sagen, machen wir uns mal auf. Zum nächsten Haus. Wir nehmen unser Auto mit. 101, 102, 103 haben wir jetzt durchgeknackt. Die ganzen Schlösser. Fahren wir also weiter. So, Baustelle, da überspringen wir mal, glaube ich. 105, Vorsicht. Mensch. Wäre ich da jetzt gegen gefahren, hättest du das bezahlen dürfen. So. Wir gucken mal eben. Die 105, wie ist denn da gerade die Lage? Wieso sehe ich da zwei Leute auf der Minimap in der 105? Der eine schläft. Der ein... Ach so, das ist der Hund. Oh, das ist nur der Hund. Okay. Verdammt, war hier nicht mal ein Schloss, was man knacken konnte. Aber das ist wieder abgeschlossen. Sehr gut. So, nächstes Schloss geknackt. Och, wie sieht das denn hier aus? Er hat sich eine neue Gitarre gekauft. Nehmen wir ihn direkt wieder weg. Und ich dachte schon, er hat das Gitarrespielen an den Nagel gehängt. So, hier haben wir noch ein Schloss. Sehr gut. Dann fehlen nur noch vier Schlösser jetzt. Wir gucken auch mal eben ganz kurz, jetzt wo wir schon hier drin sind. Ich höre irgendjemanden rumlaufen, aber... Okay. Ich würde sagen, das reicht erstmal. In die Kasse können wir nochmal eben reingucken. Und hier ist, glaube ich, noch ein Schloss, genau. Sehr gut. Wieder ordentlich Bargeld. So. Hier haben wir dann noch zwei Schaufeln auf der Minimap. Das graben wir auch mal eben aus. Gucken, was uns hier erwartet. Günstiges Radio, haben oder nicht haben. Und hier war irgendwo... Hier noch, genau. Projektor. Voll gut. So, dann 104. Da sind auch noch Schlösser, die man knacken kann. Müssen wir nur mal eben schauen. Hier haben wir übrigens das zweite Plakat. So. Jetzt werden wir nicht mehr erkannt. Sehr gut. So. Was wollte ich jetzt eben gucken? 104, ne? Er ist im Lager 1. Und Gustavo ist außer Haus. Okay. Was müssen wir tun? Auf jeden Fall die Kamera deaktivieren. So. Gut. Ich glaube, die Tür da vorne war auch noch abgeschlossen. Sehr gut. Die ist nicht abgeschlossen. Die ist auch nicht abgeschlossen. Na gut. Ein Schloss fehlt uns jetzt noch. Wo finden wir das? Irgendwo muss es hier noch ein Schloss geben. Wo wurde ich jetzt erkannt? Wodurch? Ist auch egal. Ist nicht so wichtig. Der Mieter bemerkte den Einbruch. Oh shit. Dann, ähm, sollten wir mal ganz kurz wegfahren. Äh, gut. Wenn man sich nicht schlüssig ist, wo man hin will. Das eine Schloss könnten wir hier noch irgendwo knacken. Oder auch bei der Baustelle. Ist eigentlich egal. So. Da hinten ist ein Parkplatz. Da stellen wir mal eben unser Auto ab. So. Jetzt gucken wir mal eben irgendwo. In einem automatischen Dietrich geht das doch schnell. Zack. Fordere deine Belohnung. Oh, die Polizei wurde auf meinen Standort, auf den Standort aufmerksam gemacht. Gucken, ob wir es noch schnell hier weg schaffen, ins Versteck. Sollte passen. Sie können nicht gehen, wenn sie aktiv verfolgt werden. Ich komme zuerst der Polizei. Ach so. Das wusste ich noch nicht. Dann lassen wir mal ganz kurz das Auto hier stehen. Gucken mal, ob hier irgendwo im Hinterhof ein Mülleimer steht. in dem wir uns verstecken können. Aber das sieht gar nicht mal so gut aus. Na gut. Dann graben wir hier mal ganz kurz aus. Die Polizei wurde wieder auf meinen Standort aufmerksam gemacht. Irgendwo muss hier doch ein Müllcontainer sein, in dem wir uns verstecken können. Gut. So. Jetzt müssen wir... Ach nee, wir können auch zu Fuß nach Hause gehen. Das hatten wir ja schon mal ausprobiert. Zu Fuß. Der Mieter bemerkte... Welcher Mieter bemerkte jetzt einen Einbruch? Ist klar, ey. Lasst mich doch alle in Frieden. Gut, also ich glaube, es ist doch am besten, wenn man sich irgendwo eine Mülltonne sucht. Muss doch irgendwo ein Mülleimer stehen. Flucht oder versteckt? Ja. Gut. Wenn alle Stricke reißen, gehen wir halt zu diesem Mülleimer hier. Hier weiß ich wenigstens, dass da einer steht. So, dann warten wir jetzt mal ganz in Ruhe ab. Die ganze Madison Street ist in Aufruhr. Durch diese Einbruchserie. So, wenn wir jetzt ganz zu... ganz unauffällig nach Hause gehen. Ohne, dass wieder irgendjemand die Polizei ruft. So, wir wollen doch nur bei Thief Contract unsere Belohnung einfordern. Ähm, Versteck. So, hier draußen haben wir auch überall Kürbisse stehen. Süß. Gut. Also, ran an den Rechner. Die Arbeit ruft. Zack. So. Hey, listen. I need something quick and easy done. And you get to explore a brand new neighborhood. Deal? Go to 204 in Hillville and drop this note at Garage 2A. Don't read it. Thanks in advance. Okay, also, wir müssen die neue Gegend erkunden. Mal gucken, kann man da auch Rob-Tipps zu holen? Wir müssen zur 204, hat er gesagt. Aber da können wir gerade keine Rob-Tipps holen. Hier unten können wir Angabe zur Beute, aber das ist eigentlich nicht so wichtig. Okay. Gut, fahren wir einfach mal los, würde ich sagen. Die Arbeit ruft. Aber, nochmal ganz kurz was anderes. Unser Rucksack ist voll. Ähm, so. Also, das kommt weg. Den Rest verkaufen wir. So, zweimal günstiges Radio zu je 27 Dollar. Projektor zu 90 Dollar. Registrierkasse und eine Base. So, also. Hillville. Und in der Madison Street werden wir schon wieder gesucht, obwohl wir gerade erst unsere Plakate abgehängt haben. So. Wir fahren zur 204. Garage 2A. Ohne gesehen zu werden. Wo ist denn die 204? Hier ist die 201. Okay. Ach, da ist die 204. Da müssen wir mal eben wenden. So, macht es dann Sinn, hier direkt zu parken? Gut. Gut, dann joggen wir hier auch mal eben durch den Park. Machen es dem Kollegen danach. Den können wir nicht mal Taschendiebstahl machen. Schweinerei da oben wäre auch ein Parkplatz gewesen. Okay. Dann, ähm, spielen wir hier mal mit unserer Drohne rum, wa? Ah, da ist eins. Ah, okay. So, Routine kennengelernt. Sehr gut. Ah, okay. Hat gerade noch so gereicht. Oha, in der Garage wird immer Party gemacht, wa? Cool, okay. Da müssen wir rein. Und der Kollege ist gerade da. Und der Kollege ist gerade da. Na gut. Ich glaube, das ist machbar. Der geht jetzt auch gerade. Sehr schön. Kommt wahrscheinlich gleich ein anderer. Aber mal gucken. Versuchen es einfach mal. Tag, Sir. Tag, Sir. Den könnte ich jetzt auch bestehen. Der sieht reich aus. Das versuchen wir mal. Ich verhalte mich verdächtig. Was? Warum? Natürlich musst du jetzt hier langlaufen. Mensch. Gehen Sie bitte einfach weiter. So, wir müssen ja vermutlich hier hinten durchs Fenster einsteigen dann. Hier ist jetzt gerade keiner. Sehr gut. Schlossknackenstufe 2. Wir wissen gar nicht, wann hier jemand ist und wann nicht. Aber, wenn wir schon mal gerade hier drin sind. Komplett leer geräumt die Garage. Okay, gut. Mission abgeschlossen. Sehr gut. Das macht mein Leben leichter. Für jetzt lehrt du, zu hacken Elektronik. Der Boss hat ein Laptop gebrochen. Aber es ist wahrscheinlich gelockt. Okay, der ist jetzt gerade auch noch ein bisschen weg. Dann gucken wir hier auch nochmal ganz kurz rein. Und dann müssen wir Elektronik hacken lernen. Da bin ich gespannt drauf. Oh, ein Bassist, wa? Dann braucht er jetzt einen neuen Bass. So. Gut. Steigen wir hier wieder ganz unauffällig aus dem Fenster raus. Und. Ach, die schon wieder. So. Gut. Lerne Elektronik Stufe 1. Ist jetzt unsere nächste Quest. Das kriegen wir hin. Level aufgestiegen sind wir eben. Das heißt, wir haben auch wieder einen Punkt zu vergeben. Oh. Oh. Also, ab ins Versteck. Und ein bisschen Elektronik lernen. Und natürlich wieder die Sachen verkaufen. Auch logisch. So. Bei Black Bay könnten wir dann eigentlich auch mal wieder reingucken. Ob wir da irgendwelche Sets zusammen haben. Beschädigtes U-Phone. Aber gibt noch 90 Dollar dafür. Immerhin. Ein Funkgerät. Transistorradio für 225. Multimeter. Und eine Bassgitarre. Sehr schön. So. Dann checken wir mal eben Black Bay. Hier haben wir nichts aus der Küche. Hier haben wir einmal. Zweimal. Da gab es ein bisschen Geld für. Sehr gut. Wertsachen nichts. Sonstiges nichts. Automobilzubehör auch nichts. Okay. Dann würde ich sagen, schauen wir mal an unseren Fähigkeitenbaum. Der ist... Ist der nochmal größer geworden? Weiß ich gar nicht. Sah aber irgendwie nicht schon immer so aus, glaube ich. Das ist alles gelernt. Gut, 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 gut. Elektronik. Deaktiviere Sicherheitspanels mit einem speziellen PDA. Hacke gestohlene Elektronik, um sie zu verkaufen zu können. Hacke Geldautomaten. 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 Das klingt interessant. Zack, das leeren wir mal. Hier haben wir unsere Spezialfähigkeiten. Dafür haben wir aber immer noch nicht die nötige Stufe erreicht. Okay. Gut. Du hast mir einen Laptop aus 207. Dann hast du den Ort abgeladen. Vielleicht nicht eine gute Idee, aber. Nur holst mir den Laptop und es nicht. Okay, also wir müssen einen Laptop aus 207. 207 klauen, aber. 207. Okay, das ist dann in dem neuen Gebiet, glaube ich. Wir müssen einmal Elektronik, das Hacken irgendwie üben. Ne, müssen wir nicht. Scheinbar. Okay, dann müssen wir wahrscheinlich einfach mit dem Laptop hier hinkommen dann. Also. Holen wir uns den Laptop aus 207. Gleich. Immer ins Auto einsteigen und nochmal aussteigen. Mal ganz kurz nach Robtipps gucken. Ah, Robtipps. So, für Hillville. Die 207. Haben wir hier. So, dann gucken wir mal. Information zur Mieterroutine. Ganz wichtig. Angaben zur Beute. Wie immer. Das nehmen wir dann auch noch mit. Und was mir eben eingefallen ist. Wir brauchen dann ja wahrscheinlich. Haben wir nicht irgendwas. So ein PDA Tool brauchen wir doch. Stand da, ne. Auch wieder für 5000. Alter Schwede. Kann man ja nicht mehr gegen anklauen. Was man hier ausgeben muss. Und ATM Hacker Tool. Brauchen wir beides. Irgendwann. Um Laptop hacken zu können. Braucht man Elektronik Stufe 2. Ach komm, wir nehmen es mit. Was soll's. Was soll der Geiz. Man lebt nur einmal. Gut. Wir haben. Ein bisschen Geld. Okay, auf jeden Fall. Für die Miete sollte es noch reichen, glaube ich. So. Also. Auf geht's. Zur Hillville Street. Achievement. Complete 20 Lists on Black Bay. Sehr gut. Ah, die 207 ist sogar direkt hier vorne. Das ist ja praktisch. Dann ist jetzt nur eben kurz die Frage, wo stellen wir unser Auto ab? Wo ist der nächste Parkplatz? Na gut. Parken wir hier bei der Telefonzelle. So, wir haben ja gerade Drop-Tipps eingekauft. Was sagen die uns zur 207? Hinterhof. Hinterhof, Hinterhof. Das ist natürlich schlecht. Eben auch wieder ein Hund. Okay. Wohnzimmer am Klavier. Dann geht er schlafen. Also. Ich würde sagen, um 0 Uhr könnte man da einsteigen. Der Hund ist dann in der Küche. Oder noch besser wäre sogar um 3 Uhr. Dann schlafen die beiden Bewohner. Und der Hund ist im Hinterhof bzw. im Garten. Ist ganz gut. Um 3 Uhr. Um 3 Uhr. Okay. Gut. Dann würde ich sagen, schlafen wir einmal bis 3 Uhr. So, 3 Uhr schlafen. Und, liebe Leute, dann schauen wir mal im nächsten Part, wie wir uns bei der 207 schlagen. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt gerne einen Daumen nach oben und lasst ein Abo da. Ich würde mich sehr darüber freuen. Verabschiede mich damit und sage, bis zum nächsten Mal, liebe Leute. Reingehauen und ciao.